Yo Leute, was geht ab? MTB Cruiser wieder hier. Ja, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Home-Trail-Check, würde ich das jetzt mal nennen. Also ich zeige euch jetzt einmal meinen Home-Trail, also naja gut, es ist noch kein richtiger geiler Trail, es sind ganz kleine Sprünge und so, aber ja gut, weil wir hatten es mal, da war alles wieder abgerissen und deswegen ist es noch nicht so geil geworden bis jetzt, aber wir werden jetzt schon mal eine geile Linie bestimmt finden, die wir fahren können und deswegen würde ich sagen, los geht's. Hier kann man kurz mal so klein abziehen. So, jetzt wieder weit rein. Hier, muss man aufpassen, da ist ein kleiner Stopprad, da muss man einen Bunnyhop rüber machen, also musst du nicht, aber kannst du, ja. Hier stellt sich dann schon mal die erste Frage, man kann von da oben anfahren, dann fährt man hier unten lang und fährt da hoch und dann fährt man von hier da hinten hoch. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, welche ich fahren soll, dann sagen wir mal, fährt man da hinten hoch, wa? Ja, dann fährst du hier erstmal ganz schillig, hier kommen jetzt ein paar Wurzeln, nimmst du hier das Lied, dass du da schillig hochkommst. Oh shit, ist alles ziemlich grün hier geworden. Ja. Hier, kannst du da runterfahren. Oder hier, wir fahren jetzt mal hier lang. Ja. Ja. Ja, ist noch recht. Naturbelassen hier alles. Ja. So, so, so. Ah, hier ist der kaputte Double. Wurde kaputt gemacht. Ja. So, dann fährst du hier, fährst hier, kommt hier das Rattenanlieger, so. So, hier runter, hier, zum Randeln, eng. So. Und dann bist du auch schon unten. Also, ich finde, mir persönlich ist, schon zu kurz, weil lange Trades sind geiler, aber egal, bleibt nicht aus. Ja, hier. Alter, wir haben das Becken neu gemacht, ey. Hier so ein kleines Tretbecken. Da kann man, wenn man dann im Sommer so hier mal den Homeshell fährt oder hier mal isst, so circa 30, 35 Grad, wird sich schon recht muckelig hier. Und da kannst du auch hier mal hingehen, mal kurz dich abkühlen, also deine Beine abkühlen. Ja. Hier, hier ist noch so eine ganz kleine Abfahrt. Die ist aber, die hat es richtig in sich, Alter. Die ist so geil, ne. Die werde ich euch jetzt zeigen und wir sehen uns jetzt oben. Wo oben angekommen, ja. Sind 20 Meter vielleicht, aber richtig geil steil. Ja. Ich würde sagen, fangen wir hier mal runter, was. Boah. Das ist so geil, ne. Ey. Das macht so Spaß. Ja. Aber das war es auch jetzt schon hier. Es war zwar nur jetzt eine Line, die ich euch gezeigt habe. Die anderen Lines zeige ich euch, glaube ich, nochmal in einem ausführlicheren Video. Ja, deswegen wollte ich sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Bis zum nächsten Video und tschau.